So, was wir machen aus einem Sand, das können wir mal hier herstellen, zack, machen wir mal aus einem Sand ein Glas und dann bauen wir nochmal Glas, Glas, ich kann ja sagen, machen wir erst das, zack, muss ich irgendwo einspeichern, erst mal den hier, ah ne, da unten ist es die Pattern, ist die eigentlich nur eine Extract, so, sieht doch hin, die Pushleitung hinmachen, wo drückt ihr das denn nochmal hin, rüber, 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 ich glaube, das bringt er direkt rüber, das heißt, wir machen hier einmal Testlauf, machen wir mal bitte 100 Stück, und die Axis durch, jetzt will der auf, 64, genau, top, ähm, das ist eine kräftige Menü, die ist offen, Ah, genau, da ist er grad dabei, hier haben wir noch Rezepte, das ist was für schnell, ist das ein crafting Menü, oder muss es, ah, sehen wir gleich, Sie verheißen, es ist auch überhaupt ein crafting Menü, ich glaube, ich kann die beiden nochmal neu machen, Das sind keine craftings, an sich, das sind Prozessoren, oder Prozesse, die verarbeitet werden können, Hallo, danke, Im Endeffekt, das ist nämlich, ne Ender, ich deute mal, das Ding, genau, So, ein Enderpeller, und Iron, ergeben das hier, ne, da muss es ein Prozessmenü sein, genau, der ist original, das ist das crafting, den mit der Musik löschen, genau, so, das ist nämlich geil gemacht, so, ist jetzt Sand, ein, ne, das ist ein Prozessmenü, ja, kann sich, kann ich nichts gegen machen, das ist ein Prozessmenü, Unmöglich, macht er das nicht, weil ich da ein, keinem E-Pod dran habe, das heißt, ich müsste, ich kann den, machen wir mal so, äh, machen das da hinten raus, ich hatte nur diese ME-Kabel, ne, das kommt jetzt verwirrend, Wobble, Wobble, Con, wo ist da, genau, das ist das Ding, jetzt kommt definitiv da hinten hin, und, jetzt nehmen wir das hier raus, so, aber wie können wir das am schnellsten, verbindet sich das überhaupt mit dem, dem hier, ja, macht das sogar, das heißt, ich kann da direkt sagen, zack, so, aber, hier, 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 wo ist ausdisablen, hoffen wir mal, dass es klappt, dann lassen wir den hier stehen, ne, ist schon richtig, ja, irgendwas hakelt hier bei mir, keine Ahnung, Wettung, Wettung, selbst dann sage ich, gebe ich hier noch mal im Auftrag, Produzieren wir bitte noch ein Stück, ich vergesse es immer, dass ich ein, äh, keine 1000, starte, ne, mach das denn jetzt, dass er jetzt 99 abzieht, oder muss ich es nachher doch canceln, das ist aber dann bisschen blöd, ne, keine Ahnung, das ist das, HZ Kabel, ah, meine Füße, da bleiben wir auch mal stehen, ne, bringt er das jetzt hier grad weg hier, oder nicht, nicht, wir haben sich auch keinen, Anschluss dafür, ne, den habe ich noch dafür, den machen wir weg, ähm, da brauchen wir importen, ne, ins System importieren, importieren, na gut, das ist verständlich, dass die nicht zusammenpassen, ähm, Kabel, ... 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 drauf an. Jetzt springt er drauf an. Okay, okay, okay. Das heißt, ich muss das noch rausziehen. Alles klar. Na, geh mal weg, bitte. Und so. Das heißt, ich sage ihm, köfte mal bitte tausend Stück. Jo, hau mal drauf. Aber noch ein Pattern für dich. Oh, Pattern. Oh nein, danke schön. Dann können wir sagen, mach bitte 2.000 Stück davon. Ah, okay, er ist gerade beschäftigt. Kann ich tausend machen? No Craftings. Aber der zu klein ist. Ah, der ist noch beschäftigt. Aber auch noch hier. 50. Wo geht der denn jetzt wieder runter? 50. Hier geht er. So. So.